Jeder von uns ist glücklich, wenn uns Arbeit erleichtert wird. Exakt, das passiert mit den Winsta Automationsboxen. Diese sind für unterschiedliche Anwendungen konzipiert. Man kann sie zum Beispiel als Systemverteiler haben, die projektspezifisch für Kunden hergestellt werden. Es gibt sie aber auch als Systembox für kleine oder grössere Steuerungen und Schaltungen oder als Installationsverteiler für Hohlwand- oder Unterputzeinheiten. Oder es gibt sie als Verteilerbox mit steckbaren Abgängen zur Verteilung verschiedener Netz- und Busanwendungen. Das Prinzip heisst hier einfacher und schneller.